herzlich willkommen zu diesem video liebe youtube zuschauer liebe fairway berater liebe interessenten ich freue mich dass sie sich dieses video anschauen und wir werden heute das erste produkt testen ja ich freue mich richtig drauf bin auf das ergebnis gespannt und schauen wir einfach mal was passiert also um welches produkt wird es heute gehen es wird hier um unser pro clean konzentrat gehen wie der name schon sagt es ist ein konzentrat das kann man sich liefern lassen in eine geschenkbox so wie diese hier und dort sind dann diese beiden produkte enthalten die kannst du natürlich auch gesondert einzeln erwerben und kaufen so ich habe hier schon eine reinigungslösung fertig gemacht ja ich habe circa 15 milliliter reinigungslösung genommen also unser pro clean genommen und rest habe ich dann mit wasser aufgefüllt in diese sprühflasche passen circa 375 milliliter reinigungslösung rein aus einer packung erhältst du circa 300 liter reinigungslösung also das ist schon sehr gewaltig sage ich mal und dann für ein absolut super preis wenn du jetzt das vergleichen wird mit einem produkt was du vielleicht heute noch in einem supermarkt kauf musst du einfach den preis den du jetzt bezahlt einfach mal 300 nehmen das entspricht circa unser pro clean reiniger ja so ich möchte aber noch eben das eine oder andere dazu sagen ich habe mir da was so aufgeschrieben ja natürlich umweltfreundlich ohne schädliche lösungsmittel dadurch baut es sich natürlich auch unten in der umwelt wieder ab also alle die so in meinem alter sind wir sollten auch mal an der jugend denken auch die möchten eine schöne welt haben und deswegen ist es vielleicht ganz gut mal ein bisschen umzudenken und ein reinigungsprodukt zu nehmen was nicht unbedingt chemie enthält ja anwendbar eigentlich für alle bereiche im haus im auto auf dem boot ja wenn du eins hast wohnwagen ja es kann überall angewendet werden ob zum fenster putzen spiegel putzen boden putzen ob um im küchenbereich fließen ja auto putzen auto felgen auto innen drin sauber machen ja also alles was du dir vorstellen kannst kannst du mit diesem produkt machen also im prinzip brauchst du nur noch ein reinigungsmittel nämlich unser pro clean konzentrat ja dann wie schon gesagt aus 100 prozent nachwachsende rohstoffe wie zum beispiel die palme der kokos die zuckerrübe die grenfurt ja haben sowie aber auch aloe vera wofür unsere firma ja auch sehr bekannt ist und auch steht ja also für aloe vera produkte ja das ist eigentlich mal so kurz jetzt einfach mal gesagt was das produkt ist was für inhaltsstoffe natürlich sind nach mehr inhaltsstoffe noch mit drin aber ich finde es sehr viel interessanter jetzt einfach mal herzugehen und das produkt zu testen ja was nehme ich dafür also ich habe hier eine sprühflasche wie gesagt schon vorgemischt dann habe ich hier mir mal von jemandem einen etwas älteren topf geben lassen ja der von unten natürlich nicht mehr so toll aussieht ja man sieht er ist auch mal überhitzt worden ja und ist auch von einer nicht so ganz unbekannten firma und den versuchen wir jetzt einfach gleich mal ein bisschen sauber zu machen und ich habe auch noch ein messer mit dabei zusätzlich eine schüssel mit ein bisschen wasser ja um mein schwamm auch wieder mal aus trinken zu können beim reinigen ich werde auch allerdings nur eine kleine stelle sauber machen weil ich gehe mal von aus es wird funktionieren und ich möchte natürlich dieses produkt noch weiter empfehlen und dann natürlich auch noch ein bisschen zeigen können ja und somit machen wir einfach nur eine kleine stelle wir machen das ganz einfach mal ich nehme hier mal den topf ja und ich möchte dir zeigen ich hoffe man sieht das ja ich kratze hier mal drüber ja und du siehst ja es löst es zwar ein bisschen aber nicht alles ja also ich müsste schon jetzt hier mit einer drahtbürste mehr oder weniger drangehen um hier den boden von der pfanne oder von dem topf sauber zu kriegen ich sprühe das ganze jetzt einfach mal ein ja also ich sprühe das ganze jetzt einfach mal rein ich halte das mal hier ein bisschen über die schüsse dass mir der boden hier nicht voll läuft und warte mal nur einen kleinen moment ja also man kennt das ja produkte müssen arbeiten ja ansonsten kann ich gleich wasser hinterher kippen und dann war es das so das heißt also die wirkstoffe die das produkt jetzt beinhaltet müssen anfangen zu arbeiten das ganze lösen und 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 ja also hier sehen wir es arbeitet es so ich gehe jetzt einfach mal hier ich komme ein bisschen näher mit dem tisch ich komme mal ein bisschen näher so wie du siehst die stelle hier unten habe ich eingesprüht so und jetzt wissen wir einfach mal ganz locker weg mit dem schwamm drüber und schau mal was passiert ok ich wischte einfach mal drüber ja so und ich weiß nicht ob man sieht dass es nicht blendet also siehst hier schon der erste fleck ja dass es sich das gelöst hat so wie gesagt das ist also jetzt hochwertig auch verdünnt ja und ich denke mal wenn ich das gel jetzt pur nehmen würde wäre es natürlich noch viel intensiver und würde natürlich noch leichter also ich drücke auch nicht feste ja also ich tue hier wirklich ganz leicht gehe ich hier drüber so ich gehe nochmal drüber ich zeige dir das gleich ein bisschen näher an der kamera damit du das auch richtig siehst so es ist ist jetzt nicht alles weggegangen aber dafür dass ich es sehr hoch verdünnt habe denke ich mal ist das ein astreines ergebnis ich könnte es jetzt mit dem gel direkt mal probieren und dann würden wir natürlich sehen das ist das ein astreines ergebnis dass es noch schneller sich reinigen wird und noch blitzeblanker wird ja so ja wie du siehst die produkte funktionieren einwandfrei und wenn du da fragen zu hast unterhalb diesen videos findest du meine kontaktdaten wenn du irgendwelche informationen brauchst melde dich einfach bei mir zusätzlich kannst du oberhalb dieses videos jetzt auch mich abonnieren und unterhalb des videos darfst du mir einen daumen nach oben geben deinen kommentar dazu schreiben wie hat dir das video gefallen wie gefällt dir das produkt und was dich noch so interessiert und freue mich natürlich auf das nächste video mit dir und wünsche dir dann erstmal viel spaß mit unserem neuen pro cleaner konzentrat ok bis dahin tschüss